Herzlich Willkommen zu diesem Video. Sie befinden sich jetzt hier auf der Rubrik Leads generieren und ja das ist ein ganz ein lustiges Thema und da habe ich auch einiges zu erzählen dazu aber da fällt mir auch immer eine Geschichte ein die ganz gut hier zupasst und die möchte ich Ihnen jetzt zuerst erzählen. Ich kann mich erinnern als ich vor mittlerweile mehr als 15 Jahren bei meinen Lehrberuf begonnen habe also es näherte sich so der erste Tag nach der Pflichtschule und ja ich war absolut nervös ich fange in einem großen Bauhandelsgeschäft an also da war auch eine Baufirma dabei ein riesen Blatt mit unzähligen Quadratmetern ich war vorher eigentlich nie richtig dort ich habe dort Verkäufer dann gelernt aber ich hatte eben wahnsinnige Angst als ich das erste mal mit meinem Fahrrad dorthin fuhr am ersten Tag und ich dachte immer verdammt hoffentlich hilft mir der jemand hoffentlich fände ich mich zurecht ich weiß nicht mal richtig wo ich hier rein gehen muss und so weiter da hatte ich richtig Schiss davor werde ich nie vergessen aber es war wirklich klasse ich ging nämlich ich fand gleich die Eingangstür ging dann dort rein und dort war dann gleich ein ganz sehr nett da her bei dem Empfang wo ich gesagt habe grüß Gott ich bin der Neue was soll ich machen und der sagte gleich ah klasse komm mit ich bin der Michael hat er gesagt wir waren dann gleich per du das hat mich sehr imponiert und dann sind wir dann ist er mit mir ein paar Meter weiter gegangen zum Chef der hat gesagt guck mal das ist der Neue und auch der hat mich gleich herzlich begrüßt hat mich mehr oder weniger dann in dieser Firma gleich an die Hand genommen hat mir mal alles gezeigt wo alles ist haben wir haben die Stunden besprochen die ich machen musste hat mir meine Aufgaben gesagt was jetzt zu tun ist als erstes und so weiter und so fort und das tolle war ich habe mich sofort eigentlich vom ersten von der ersten Minute an wo ich dort reinging habe ich mich sicher gefühlt weil immer jemand da war der mir ein bisschen gezeigt hat wie es geht also ich war nie der Situation wo ich nicht wusste was ich tun sollte ja wenn ich jetzt drei Jahre zurück denke als ich mich angefangen habe für das Internet Marketing zu interessieren da hatte ich leider dieses Glück nicht da musste ich mich selbst zuerst zurecht finden habe dann vielen Leuten geglaubt die keine Ahnung hatten habe mir teure Leads gekauft die richtig scheiße waren habe in einem Portal über 600 Leute angerufen Kalteranrufe im ersten Monat wo absolut nichts dabei rausgekommen ist weil die Qualität einfach mies war dort hat mir kein etwas gezeigt aber auch dann passierte das tolle dass ich durch einen wirklich mittlerweile guten Bekannten auf diese Seite hier gekommen bin die sie jetzt sehen in meinem Video nämlich das Lead System und beim Lead System durfte ich dann das gleiche erfahren wie das damals bei mir in dieser Baufirma war hier wird man wirklich an die Hand genommen es ist der absolute Hammer man lernt hier da gibt es eine Starte hier Sektion das zeige ich ihnen aber dann gleich die ist so einfach erklärt selbst wenn sie noch absolut keine Ahnung haben von irgendwelchen Autorespondern von Leads generieren oder was das überhaupt alles ist hier wird das so einfach erklärt sie gehen einfach Schritt für Schritt durch kurze Videos eine tolle Sache sein tut das ganze völlig kostenlos sie können eine Liste anlegen sie können hier so viele Nachrichten versenden wie sie möchten auch wenn ihnen das jetzt noch nicht sagt kein Problem wie gesagt wird alles in der Starte hier Sektion erklärt und ja ich zeige ihnen das jetzt kurz ich bin jetzt hier auf dieser Seite bei dasleadsystem.com aber sie bekommen ja dann auch noch den Link von mir da gibt es diese Starte hier Sektion die zeige ich ihnen gleich da gehen sie rein und sie sehen hier beginnt das ganze und alles was sie tun müssen ist sie arbeiten sich hier durch sie gucken sich das Video an dann gehen sie weiter zu Schritt 1 und so geht das ein paar Schritte durch und bei mir war es so dass ich damals mehr gelernt habe als überall anders in dieser Starte hier Sektion bereits dann gibt es auch hier die Sektion mein office da können sie sich dann ihr Profil anlegen das wird aber auch alles erklärt in der Starte hier Sektion ja das wird jetzt zu weit gehen sie können sich hier auch ein Team aufbauen sie können sich hier sich ihre Leads ansehen dann haben sie hier beim Marketingzentrum ihre Autorespond ihre Webseiten aber wenn ihnen das jetzt noch alles nicht sagt kein Problem auf jeden Fall ein tolles Ding wenn sie Fragen haben gibt es hier den Support wo wirklich schnell geantwortet wird hier hilft jeder jeden das ist eine klasse Sache ja wie gesagt das ganze ist kostenlos wenn sie eine einzige Liste aufbauen dann ist das wirklich völlig kostenlos eine tolle Sache hier können sie nichts verlieren das ist auch nicht irgendwie ein Monat kostenlos sondern für immer wenn sie eben nur diese eine Liste machen da gibt es absolut kein Bedenken also ich würde selbst wenn sie noch keine Ahnung haben und auch nicht vorhaben dieses System zu nützen locken sie sich hier ein registrieren sie sich ich zeige ihnen dann gleich wie das geht und sehen sie sich einfach mal nur die Starte hier Sektion an das ist unbezahlbar und völlig kostenlos so viel sei hier gesagt wenn sie es allerdings ein bisschen ernster meinen dann schlage ich ihnen vor sie graden ab auf den Standard Account der kostet 16 Euro denke ich jetzt ohne Steuer im Monat und dann haben sie diese DLS Akademie dabei da haben sie den Zugriff ich klicke da jetzt mal drauf und hier geht es wirklich zur Sache hier lernen sie so viel das ist unglaublich ich habe damals hier so viel gelernt egal welchen Business sie sind wenn sie rein Internet Marketing machen wie sie eine Nische fänden und so weiter dann gibt es auch einen eigenen Bereich für Network Marketing mit Tom Bergemann Teil 1 und 2 allein das ist schon unbezahlbar weil das lernt man in keinem Network Marketing Business was der Tom Bergemann hier wirklich einem beibringt weil was einem die in ihrem Business ich kenne das ich war auch mal im Network Marketing was die einem sagen was man tun soll das ist meistens scheiße weil die alle selbst keine Ahnung haben funktioniert nicht man muss Ablehnung erleben furchtbar damit wird das hier aufgehoben mit diesen zwei Trainings von Tom Bergemann das kann ich ihnen garantieren also hier geht es wirklich lang hier runter hier gibt es eine Sektion WordPress Affiliate Marketing alles mögliche Video Marketing unglaublich ich schlage ihnen jetzt eines vor sie machen jetzt folgendes sie klicken jetzt unter diesem Video auf den Banner den ich dort eingefügt habe da klicken sie einfach drauf dann kommen sie hier auf diese Seite dann gehen sie hier drüben auf Registrieren dann füllen sie hier einfach die weiteren Schritte aus melden sie sich kostenlos an und dann gucken sie sich einfach die Starte hier Sektion an wie gesagt wenn sie das hier machen ist noch nichts passiert hier wird auch nie kostenpflichtig etwas kommen solange sie nicht ein Upgrade machen aber das empfehle ich ihnen dann trotzdem sehr aber jetzt registrieren sie sich mit diesen Schritten klicken sie auf den Bann unter dem Video und dann sehen wir uns im Inner Circle sag ich jetzt mal also nicht Inner Circle ist Blödsinn in diesem Bereich und dann gucken sie sich einfach die staatliche Sektion an gut das war's von mir ich hoffe sie entscheiden sich dafür kann ich zu 100% empfehlen das war's zu diesem Video ich freue mich aufs nächste wiedersehen Outro 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 Outro